Moin! Willkommen zu nur noch ein Unboxing. Heute habe ich für euch von Matzen, wir nennen dich Mücke, oder wie sie es auf ihrer Seite nennen, Mücke, einfach nur Mücke, hier Single 7-Inch-Vinyl, unterschrieben von Mücke, ich weiß nicht, ob das wirklich von ihm ist, aber davon gehen wir jetzt mal ganz stumpf aus. Genau, das Ganze ist sogar, also das Ganze sieht echt aus, also es sieht wirklich unterschrieben aus. Genau, das Ganze kommt hier in 7-Inch, und zwar einmal mit, wenn du dich Mücke und Supergo Featuring Montreal. Genau, ist jetzt nicht das Übliche, was ich normalerweise höre, aber ich habe die letztes Jahr, ich glaube 100 gesehen, also hier in Bremen, in Bremen, Bremen, Bremenhaven. Und, ähm, genau, das Ganze kommt tatsächlich auch unverschweißt, ähm, daher, ähm, ja, ich finde es immer ein bisschen komisch an, also, die sind für mich immer in so einem Sleeve, aber okay, damit kann ich durchaus leben. Ich packe es euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Genau. Nun gucken wir uns einmal die Platte an, die hier drinnen ist, das ist ja ganz normale, eine ganz normale 7-Inch-Single. Wir haben ja auch Ewigkeiten nicht mehr, also so eine 7-Inch-Single, da wir nennen dich Mücke, und hier hinten Supergo. Ich kann es auch gerade halten, meine Güte. So. Supergo. Genau. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber ich dachte mir, hey, du hast die gehört, und ich fand sie an sich eigentlich nicht schlecht. Ich dachte mir, ja, komm, das ist eine witzige Geschichte. Ich kann es euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung, für die, die sich da gerne mal nochmal, äh, die es auch haben möchten. Ich glaube, das Ganze ist sogar limitiert, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Unboxing. Ich packe es euch, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Oder rein. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.